Pahl Dallai und Taifun Korkut sind verschiedene Trainer. Pahl ist der, der gerade gegangen ist und Taifun Korkut ist neu gekommen. Ganz klar ist, dass beide Trainer sehr verschieden sind. Der Taifun Korkut, aktueller Hertha BSC Trainer, spielt am beliebtesten mit einem 4-4-2 und Pahl Dallai spielt meistens mit einem 4-2-3-1. Pahl Dallai ist eher defensiver, Taifun Korkut spielt ein bisschen offensiveren Fußball. Pahl Dallai hatte jetzt einen ziemlich guten Start in die ersten 4 Spiele mit Hertha BSC. Die Frage ist jetzt wirklich, wie gut kann er aus der Rückrunde kommen? Schließlich in die Rückrunde kommen. Denn er hat jetzt einen ziemlich guten Lauf von Spielen gehabt, vielleicht auch einiges an Glück gehabt. Aber er hat nichts bewiesen. Pahl Dallai hat ja jetzt 31 Spiele mit uns gemacht, als er in dieser Phase, wo er Trainer war. Vorher hat er ja 172 gemacht. Mit Pahl haben wir jetzt 31 Spiele gemacht, 10 gewonnen, 8 unentschieden und 13 verloren. Das ist jetzt nicht die besten Werte. Das ergibt ungefähr 1,23 Punkte pro Spiel. Das ist deutlich schlechter als Pahl Dallai das letzte Mal da war, von 2015 bis 2019. Da hat er ja 1,38. Klar ist natürlich, obwohl er insgesamt Punkte pro Spiel gerade schlechter aussieht, ist Pahl eine Legende. Pahl hat sehr lange bei uns gespielt und er hat es als Trainer nicht schlecht gemacht. Natürlich sah die tabellarische Lage nicht besonders gut aus. Aber man muss auch in Betracht ziehen, dass der Kader in einem absoluten schlechten Zustand war, wo man absolut nichts machen konnte. Typhon Korkut spielt ja öfter mal mit einer anderen Formation. Wie gesagt, das 4-4-2. 4-4-2 ist ja eine Formation, wo man nicht unbedingt die Flügelspieler braucht, sondern auch eher einen Mittelfeldspieler benutzen kann und nicht einen Flügelspieler. Wie zum Beispiel linkes Mittelfeld oder rechtes Mittelfeld. Da kann man auch öfter mal einen Rechtsverteidiger nach vorne ziehen oder einen Mittelfeldspieler auf die linke oder rechte Seite ziehen. Pahl Dallai hatte für sein 4-2-3-1 keine wirklichen Flügelspieler, was heißt, er musste immer wieder umstellen. Zurückhaltend war natürlich auch, dass Pahl Dallai ein sehr defensiver Coach ist, der sehr defensiven Fußball spielt. Mir persönlich gefällt Typhon Korkut Fußball so weit deutlich mehr. Schließlich ist er deutlich offensiver. Aber wir werden ja noch sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau he. Schaut euch gerne mal meinen Twitter an. BigBandSports1. Ciao. Video. SCHAUX